Das Spannende an der Unfallchirurgie für mich ist, dass Unfälle, wie der Name schon sagt, jeden von uns unvermittelt treffen können und uns aus unserem Leben herausreißen können. Und die Möglichkeit, mit einer oder vielleicht wenigen Operationen diese Lebensqualität wiederherzustellen, ist eine äußerst befriedigende Tätigkeit für mich. Darüber hinaus ist es ein sehr spannendes Tätigkeitsfeld, weil jeder Unfall, jede Fraktur ist immer unterschiedlich und stellt uns vor unterschiedlichste Herausforderungen, die es zu meistern gilt.